Die Bischob-Bande kommt. Wir sehen unter jedem Felsbrocken nach. Und lassen dieser Schlange nicht die geringste Chance. Die Bischob-Bande hat's auf uns abgesehen. Ich brauch einen Schützen. Dann brauchst du keinen Schützen. Dann brauchst du ein Regiment. Ich bin nach Hause gekommen. Du warst weit. Ich hab drei Jahre lang gewartet, denn ich hab gedacht, du wärst tot. Kommt man da durch? Nein, es gibt nur diese eine Möglichkeit. Denk mal drüber nach, was mir eine Frau wie sie für enorme Einnahmen bringen würde. Ich bin mein Leben lang davon gelaufen. Das hört mich auf. Wenn die mein Haus angreifen, dann beschütze ich es. Sie haben da genug Feuerkraft, um einen neuen Krieg anzufangen. Wozu wollen Sie denn das ganze Zeug? Jane! Wo ist meine Tochter? Wo ist meine Tochter? Hoffentlich sind die Bischob-Leute alle groß und fett. Es gibt Geschichten über das, was passiert ist. Es ist wahr. Einfach alles.